Bis zum nächsten Mal. Ich mag das trotzdem nicht. Welch ein fantastisches Licht zum Filmen heute über den Dächern der wunderschönen Hansestadt Hamburg. War wirklich ein toller Flug heute Morgen. Es ist mittlerweile Mittwoch. Wir haben es jetzt auch schon kurz nach neun und für mich geht es jetzt ins Büro. Und wir hatten einen fantastischen Friends Cup gestern, wirklich einen fantastischen Friends Cup. Es waren tolle Leute da, wir haben jede Menge Spaß gehabt, wir haben uns sportlich betätigt und zusammen haben wir dann auch Gutes getan. Aber die Bilder von gestern kriegt ihr jetzt. Aber wenn der nicht immer so viel reden würde beim Spielen, dann würde der glaube ich auch viel mehr Leistung bringen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, gleich geht es los. Michaela ist auch schon da und Maurice ist auch da. Ich weiß gar nicht, wer heute gewinnt. Ich weiß es wirklich nicht. Also eigentlich gewinnt, wenn ich schon alleine Susi sehe. Guck mal zu Susi rüber. Das ist ein sportliches Outfit. Das ist ein sportlicher Körper. Und ich glaube, wir haben die Chancen heute den dritten Friends Cup zu gewinnen. Dann würde es nämlich 3 zu 1 stehen. Es geht nämlich um den kleinen Paul. Der ist neun Jahre alt und Paul hat seit seiner Geburt an auch einen angeborenen Immuneffekt. Und der hat einen ganz, ganz großen Wunsch. Er möchte einmal zum Papst. Das klingt jetzt verrückt, aber um die Geschichte jetzt groß und breit zu erzählen, haben wir nicht so viel Zeit. Aber seine Schulklasse, die 3A, die hat drei Monate lang ganz tolle Aktionen gestartet, hat Kuchen verkauft, Kissen, Strickmäuse und so weiter und so fort und hat eine riesen Spendenaktion angeleiert. Und es gab auch ein Buch mit Bildern von seinen Klassenkameraden, die da Bilder gemalt haben und geschrieben haben, Paul wird wieder gesund. Und mit diesem Buch hat Paul gesagt, möchte er gerne zum Papst. So wie es aussieht, haben wir auch schon eine Audienz. Ich bin total aufgeregt, aber das muss natürlich finanziert werden. Die ganze Schulklasse muss nach Rom und dafür würde ich gerne das Geld nehmen, um die Schulklasse nach Rom zu bringen. Ist das okay? Danke. Irgendwelche anderen Vorschläge? Jetzt nicht mehr. Oh. Wollen wir... Das nächste Mal mit dem Internet. Wollen wir abstimmen? Wer ist dafür, dass wir damit ins Rennen gehen? Tipp, 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 tipp. Wir freuen uns tierisch. Wie immer wird gespielt für einen guten Zweck. Da haben, glaube ich, du hast was mitgebracht, einen Vorschlag. Genau, da geht es einmal um frühe Bekennung und Therapiestrategien bei Ortenerkrankungen. Also das UKE hat ein Projekt oder ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen, wo es darum geht, um Bindegewebserkrankungen zu erforschen und da eben frühzeitig Strategien zu entwickeln, wie man eben sowas unterbinden kann. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn da das Geld dann quasi hinfließt. Noch jemand anders, was sonst? Noch jemand anders, was sonst? Wir passieren, was sonst? Ich hätte wenigstens doch Forces. Wir sorgen, es wissen um das ganze Zelle �sonste, sollen im Chaos wird gerufen und optional. Ich Resources lieber 1,3-2-1-3-4-6-6-6-6-6-7-8-3-4-7-0. Aber das acht End im Chaos innerhalb der Äh! Das war der Scheiß! Ja, wir haben gewonnen. Gott sei Dank. Da kann ich Sven morgen schön auf die Nase reiben. Da freu ich mich. Ich finde es nicht schlecht, wie wir gespielt haben. Großmäuler. Weißt du, erst Großmau, wir gewinnen. Wir sind die Besten. Wir sind die ersten Ligaspieler. Und wir... Sven, ich hätte mal eine Frage. Wer hat ihn gewonnen? Es hat super viel Spaß gemacht. Nur ohne Sand wäre das leichter. Also beim nächsten Mal macht den Sand auch einfach weg. Aber es war super lustig. Ich hätte nicht gedacht, dass das so anstrengend ist. Sehr stark gespielt. Starke Performance. Auch nochmal... Danke nochmal an meine Teammitglieder, dass sie mich so mit durchgeschliffen haben. Weil ich war nicht der Schlechteste im Team. Aber man gewinnt zusammen und man verliert zusammen. Wir gewinnen zusammen. Also gehöre ich auch dazu. Von daher alles gut. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Haben leider am Ende knapp verloren. Hat aber super viel Spaß gemacht. Und... In diesem Sinne möchte ich mich nochmal ganz herzlich für Herrn Littger bedanken. Weil ohne ihn hätten die Pinken es heute nicht geschafft. Ganz großer Sport. Fast großes Tennis. Sommersonne, Sonnenschein. Draußen arschkalt. Scheißegal. Super viel Spaß. Tolle Truppe. Ich hoffe der Arm geht noch so weiter. Also von der Atmosphäre, glaube ich, haben alle ganz viel Spaß. Und von daher... Super Sache. Also mir gefällt vor allen Dingen, wenn wir hoch gewinnen. Weil es geht um soziale Zwecke. Und da ist das Allerwichtigste der Sieg. Ja, also dass wir auf jeden Fall gewinnen. Unsere Mannschaft hat zweimal gewonnen. Und das ist das Allerwichtigste. Total gut. Also es war eigentlich eine super Stimmung. Alle hatten Spaß zusammen. Und ja, war echt cool. Super. Ich war bester Mann bei uns in der Mannschaft. Spieler des Tages. Nein. Nein. War echt klasse. Hat total viel Spaß gemacht. Viele verrückte Typen hier. Und was soll ich sagen. Meine Mannschaft ganz klar gewonnen. Hab auch nichts anderes erwartet. Aber es hat mir einen guten Zweck. Und dabei sein ist auch manchmal gut. Aber hat Spaß gemacht. Und nette Leute kennengelernt. Und ich bin auf jeden Fall jedes Jahr wieder dabei. Wir haben alles gewonnen. Also ich hab gesagt, think's the best. Ja. Tut mir leid, Münze. Das war doch geil heute wieder. Das ist kein Spaß heute. Das war eine schöne Veranstaltung. Man muss dazu sagen, dass Kalle sich die Elite, die Elite im Beachvolleyball besorgt hat. Tatsächlich. Ich glaub, erste Liga-Schmini sogar. Einige davon. Perfekt-Schmini. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Einen Satz zu gewinnen. Einen. Von dreien. Und ihr? Ja, in einem Spiel habt ihr einen Satz von dreien gewonnen. Alles andere ging an mein Team. Ist aber auch egal. Ich fand's toll trotzdem. Hauptsache, alle hatten Spaß. Ich glaub, es war die beste mitfahren heute. Habe ich auch schon von einigen gehört, dass das heute das beste Event war bisher. Ja. Und siehst du mal, wir steigern uns von Mal zu Mal. Und gleich wird die Kasse gezählt. Und es gibt was zu essen. Sven, bevor du jetzt weiter anfängst zu weinen, ich hab dir noch ein paar Taschentücher mitgebracht. Kannst du dich noch einmal kurz die Nase ausschnauben, bevor du gleich das Buffet eröffnetst. Bis zum nächsten Mal. Ich mag dich trotzdem. Mega gut. Ich war jetzt bei allen Friends Cups dabei. Und mit Abstand der Beste heute. Also mega sexy. Hast du gut gemacht, Sven. Alle waren dabei. Alle hatten Spaß. Tolles Essen gibt's jetzt noch. Und ja, ich freu mich auf den nächsten Friends Cup. Also wir haben jetzt alles ausgezählt. Die Spenden sind alle gesammelt worden. Und jetzt geben wir bekannt, was wir eingenommen haben. Und das sind bei diesem Mal. Erstmal für die Kamera, für den Spannungsbogen. Wir haben 1,858 Euro. Wir machen da 2.000 drauf. Das teilt sich besser, weißt du? Ist ja auch ein guter Zweck, oder? Danke. Du willst von vorne? Sehr, sehr geil. Also wir geben 1.000 Euro jetzt an Aortenforschung. Wo seid ihr? Aortenforschung. Und 1.000 Euro gehen jetzt an die DSAI. DSAI. Ja. DSAI. DSAI. Da geht's auf jeden Fall hin zum Papst. Danke. Danke. Das wird ruhig! DSAI. 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 DLAI. DLAI. DSAI. DSAI. Was ist denn hier los? Wir waren noch nicht so weit. Wie, ihr wart noch nicht so weit? Was macht ihr denn? Macht ihr Müll weg, oder was? Pappe, ist Antje noch da? Nee. Antje ist weg? Nein! Weißt du, was das bedeutet? Weißt du, was das bedeutet? Antje ist weg. Antje ist sozusagen, hat sich verabschiedet für ein paar Tage in den Urlaub. Und das bedeutet für uns drei, ich sage nur so viel, Männer-WG mit allem, was dazugehört. Chips, Pommes, Pizza, Weiber... Oh, 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 oh. Wir freuen uns tierisch. Wir haben morgen, morgen ist Donnerstag, ne? Morgen ist Donnerstag. Morgen lassen wir es richtig krachen und Freitag auch. Und das Büro wird aussehen wie Sau. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns und hören uns morgen, ohne Antje.